Hi Leute, ich mache heute ein LPS-Tipp-Video, also ich gebe euch einen Tipp für LPS-Zubehör. Wenn ihr jetzt nicht genug Zubehör habt und ihr wollt euch welchen kaufen und ihr findet nicht so viel LPS-Zubehör, dann könnt ihr auch so ein Zubehör nehmen. Ich weiß nicht, ob es manche von euch kennen, aber bei vielen Spielzeugläden gibt es sowas. Diese Plüschfigürchen und dieses Zubehör ist richtig gut, weil das ist so wie für die LPS. Und hier hinten steht dann immer drauf, welch der Inhalt, was da alles drin ist. Ich würde euch empfehlen, dieses hier zu nehmen, also diese, wie soll ich das jetzt sagen, diese Schachtel einfach. Dieser Tisch ist sehr, sehr gut. Das kann auch sein, dass es den LPS ein bisschen zu klein, äh zu groß ist, aber ist sehr gut für Zubehör. Ich habe eine, ich habe gestern etwas gekauft und das sind, das ist genau von dem gleichen hier. Diese Betten, ich habe hier noch mehr, drei Stück waren in so einer Schachtel drin und die LPS passten richtig gut da rein. Ich finde das voll gut. So, die passen irgendwie voll gut da rein, finde ich. Und ja, das ist immer eine sehr gute Empfehlung für euch. Mit so einer Leiter. Und diese, ähm, einen Moment. Und diese Lumenbänder. Die sind auch sehr gut. Ich glaube, manche Leute kennen das von euch schon. Hier einfach auf. Also nochmal, diese Lumenbänder sind sehr gut. Immer eine gute Empfehlung für euch, weil, daraus kann man sehr viele schöne Sachen machen. Zum Beispiel so die Schleifen. Ich habe ganz viele Sachen davon gemacht, weil ich davor so wenig Zubehör hatte. Das ist alles in dieser Schachtel. Hier sind all meine Sachen. Zum Beispiel so. Diese Schalen. Oder diese Röcke. Ja. Und dieses Schleifen. Die drei Sachen habe ich gemacht. Und dann habe ich noch so eine Lumenbänder einfach reingelegt. Als, ähm, hier. Wenn ihr jetzt einen Film machen wollt, oder ein Video, und ihr macht da Sport, könnt ihr es so um die Ohren machen. Dann sieht es aus wie ein Sportband. Ja. Ich habe davon immer sehr viele gemacht. Und hier ist meine Sammlung. Die Kiste ist sogar schon fast zu klein. Geht nicht mal mehr zu. Aber jetzt habe ich so viel Zubehör. Ja. Und ich filme hier gerade in der Schule. Hier. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bye. Auch wenn es nur ein Kurzvideo war. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. uc